Von Schuld gequält Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass meine Eltern sich sehr viel Mühe gemacht haben, mir und meinen Geschwistern den biblischen Weg vorzuleben. Meine Mutter nahm sich viel Zeit, um mit uns zu singen, und mein Vater erzählte uns biblische Geschichten. Das liebte ich besonders. Meine Eltern waren alle Zeit bestrebt, die gesamte Familie zu den Gottesdiensten mitzunehmen. Ich ging gerne hin und auch die Kinderstunden machten mir Freude. Schon als kleines Kind steckte in mir sehr viel Sündiges. Das zeigt ganz klar, dass wir alle als Sünder geboren werden und jeder die Vergebung braucht. Ich spürte mehrmals, dass Jesus an meinem Herzen klopfte und dort einziehen wollte. Ich merkte, dass auch ich die Vergebung dringend nötig hatte. Oft war ich sehr böse, wenn ich nicht das tun durfte, was ich wollte, und war schnell beleidigt. Durch mein Verhalten betrübte ich meine Eltern immer wieder. Wenn im Gottesdienst verkündet wurde, dass demnächst wieder eine Evangelisation stattfinden würde, legte sich mir eine zentnerschwere Last aufs Herz. Solchen Ereignissen konnte ich nicht froh entgegensehen, da der Friede meinem Herzen fehlte. Während solcher Evangelisationen wurde ich durch das Wort Gottes äußerst bewegt. Es ist Gottes Gnade, dass ich mich eines Tages bei einer solchen Evangelisation bekehren durfte. Damals war ich noch ein Kind von ungefähr acht Jahren, aber ich war so froh, so unglaublich froh. Ich konnte mein unermessliches Glück kaum fassen. Es verging eine lange Zeit und leider ließ diese große Freude nach und es häuften sich viele Sünden in meinem Leben an. Aber anstatt es einfach Jesus im alltäglichen Leben zu sagen, schleppte ich meine Schuld mit mir herum. Ich hatte es damals noch nicht verstanden, dass man zwar nur eine einmalige Bekehrung braucht, sich aber jeden Tag erneut heiligen müsse. Und so quälte ich mich. Als ich 16 Jahre alt wurde und mit zu einem Jugendfest fuhr, nahm ich mir vor, an diesem Tag wieder bei Gott um Vergebung zu bitten. Ich dachte, ich würde danach mit einer großen Freude nach Hause fahren, so wie damals. Voller Erwartung sah ich diesem Tag entgegen. Zu meiner großen Enttäuschung blieb nach meinem Gebet die erwartete Freude aus und ich fuhr unbefriedigt nach Hause. So hatte ich es mir ganz und gar nicht vorgestellt. Ich lernte erst mit der Zeit, dass man nicht unbedingt warten muss, bis im Gottesdienst ein Aufruf stattfindet, die Sünden Gott zu bekennen, sondern dass Jesus jederzeit auf uns wartet und wir überall zu ihm kommen dürfen, um unsere Vergehen bei ihm abzuladen. Und so quälte ich mich weiter und dachte, ich bin schon 16 Jahre alt und habe mich immer noch nicht zur Taufe gemeldet. Dieses ließ mir keine Ruhe. Ich musste etwas tun, um im Glaubensleben weiterzukommen. Aber ich hatte nicht die geringste Kraft, jemanden anzusprechen und um Hilfe zu bitten. Ich war sehr verschlossen und in mich gekehrt. Als ich wiederum mit Jugendlichen zu einer Jugendgemeinschaft fuhr, die mehrere Tage dauerte, wurde ich am letzten Abend erneut angesprochen. Ich fühlte, dass ich meine Beziehung zu Jesus erneuern musste. Daraufhin sprach ich mit einem Gemeindeleiter, der mir weiter half. In diesem Gespräch bekannte ich einige Sünden und anschließend beteten wir zusammen. Nun hatte ich die Freudigkeit und den Mut, mich zur Taufe zu melden. Ich konnte meinen neu gewonnenen Wunsch nicht mehr für mich behalten und teilte der Jugend am gleichen Abend mit, dass ich mich taufen lassen wollte. Sofort telefonierte ich auch nach Hause, um es auch meinen Eltern zu berichten. Danach zog die Freude wieder in mein Herz und ich war überaus glücklich. Das Schwere, das mich so belastet hatte, war einfach weg. Gott hatte alles weggenommen und mir eine großartige Freude ins Herz geschenkt. Einer der schönsten Tage meines Lebens war, als ich mit 16 Jahren getauft wurde. Es regnete an diesem Tag zwar in Strömen und es war richtig kalt, aber in meinem Herzen war heller Sonnenschein und ich war sehr glücklich. Zwar ist die überschwängliche Freude nicht so geblieben, dafür aber die Gewissheit, dass ich ein Gotteskind bin und daran halte ich ganz fest. Ich freue mich darauf, wenn die Zeit hier auf der Erde vorbei sein wird und ich für immer bei Jesus sein werde, ohne Sorgen, ohne Ängste, ohne Tränen und ohne jegliche Schwierigkeiten. Es lohnt sich, dafür auf dieser Erde auf einiges zu verzichten. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!